Es sind Crews, die sind einmal aufgebrochen, um neue Welten zu entdecken. Oder aber in einer weit, weit entfernten Galaxis. All diese Anfänge für epische Brettspiele aus dem Bereich Weltraum, Space oder aber auch andere Serienfilme kennen wir alle und ehrlich gesagt lieben wir alle. Aber dieses Jahr spielt doch eigentlich nur eines noch eine Rolle, oder? Genau, und darum geht es auch bei meinem nächsten Gewinnspiel mit euch. Also bleibt dran, denn ihr habt die Chance demnächst zum Filmstart was zu gewinnen. Bis dahin! M Shawn ARD Text im Auftrag des MDR ARD Text im Auftrag des MDR ARD Text im Auftrag des MDR Untertitelung des ZDF, 2020